Und da seht ihr das Max Hotel. Ein wunderschönes Luxushotel. Ich habe selten ein schöneres Hotel gesehen. Matthias ist total glücklich. Ja, mir gefällt das Hotel unheimlich gut. Also wir haben ein super, super schönes Zimmer, was wahrscheinlich ein ganz normales Standardzimmer hier ist. Mit Verbindungstür und ja, wir sind jetzt hier in unserem Treppenaufgang und sind jetzt auf dem Weg zum Mitternachtssnack oder Spätabendessen, was hier angeboten wird. Und da werden wir euch dann gleich das nächste Video präsentieren. Und hier unten seht ihr, so sieht die Adventszeit im Max Royal in der Türkei aus, kurz vor dem dritten Advents. Und der ist fünf Meter mindestens hoch.